Vor 25 Jahren wurde in Österreich ein neuer Typ von Hochschulen, nämlich die Fachhochschulen, gegründet mit dem Ziel, eine praxisorientierte, wissenschaftlich fundierte und zukunftsorientierte Ausbildung anzubieten. Dieses Modell hat sich bestens bewährt und die Fachhochschule Johanneum kann heute auf ca. 16.000 Absolventinnen und Absolventen verweisen, die erfolgreich in vielen Unternehmen tätig sind und auch unsere heutigen Absolventinnen und Absolventen sind sehr stark nachgefragt. Mit unseren 50 Studiengängen und mehreren Lehrgängen verbinden wir Theorie und Praxis in einer optimalen Art und Weise und mit innovativen Lehr- und Lehrformen. Die Fachhochschule Johanneum hat sich aber auch als wichtiger, nachgefragter und geschätzter Partner für angewandte Forschung und Entwicklung entwickelt und wir können heute pro Jahr ca. 500 Forschungsprojekte abwickeln. Heuer ist die Fachhochschule Johanneum, 25 Jahre jung und mit unseren 5000 Studierenden sind wir ein wichtiger Partner in der steirischen und österreichischen Hochschullandschaft und wir können auch auf zahlreiche internationale Kooperationen in Lehre und Forschung verweisen. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese erfolgreiche und dynamische Entwicklung auch mit unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den nächsten Jahren fortsetzen können und so unseren heutigen und zukünftigen Studierenden eine tolle Ausbildung anbieten werden. Persönlich möchte ich noch sagen, dass ich sehr stolz bin, dass ich 11 von 25 Jahren diese innovative und erfolgreiche Entwicklung der Fachhochschule Johanneum mitgestalten konnte.